heute wollen wir mal ein bisschen eben übungen machen ich guck kurz weg und dann mache ich so kleine flickschatz achtung okay da haben wir schon mal den kopf nicht getroffen wie einfach auf die schießt ist der behindert hat der cheater ganz schön blutig in der hose war meine freundin dass das ein füchse drauf seht ihr das kleines stachelschwein ja du könntest schon längst verheiratet sein uralt und das ist von dieser show mit diesem mann brille ist recht dünn auf dem prestigeträchtigen rang silber 4 auf dem sehr viele gute und vor allem sehr hübsche menschen spielen trotzdem spreche ich diesem herren nicht diesen skill zu mich einfach zu ficken